hallo hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play sims 4 werde berühmt vityrias live mit vito valkyria charlie bryana libby und tommy tommy ne ja so valkyria muss ich jetzt eigentlich direkt ins bett schicken ganz dringend nickerchen du darfst auch eigentlich schon ja doch mach mal ein nickerchen da muss ich irgendwie mit spaß vorantreiben was brauche ich für ihn hier noch wert erhöhen und landschaftsgestaltung machen das sollte ja alles kein problem sein und ja und er dadurch da so ein bisschen mit dem video spielfähigkeit hochkriegen die kinder unterrichten sich ein bisschen selbst finde ich auch gar nicht so verkehrt wobei bei brian ist das so ein kleines problem die ist ja nicht so diese selbstständigkeits person also die nicht mit den personen die direkt so sehr selbstständig ist was machst du du hast keinen bock mehr auf irgendwas bauklotz trotz gut dann trainierst du jetzt noch mal die fantasie in dem du ein bisschen mit den lamas spielst oder mal mit den lamas malst so und ich bin tatsächlich ein bisschen überlegen am überlegen ach hier das ding thema noch mal diese säule können immer noch einen tipp geben wie diese säule irgendwie besser platzieren können mein gefühlt könnte ich doch jetzt hier so ein bisschen die teile noch entfernen glaube ich aber habe ich das immer noch hier jetzt in einem block und die säule drauf steht ich bin mir nicht sicher wie ich das mit der säule hinkriege ich weiß dass es in sims 3 ging dass man das vernünftig da irgendwie hin und her ziehen konnte aber ich weiß nicht wie man das hier in sims 4 macht dementsprechend aber ein bisschen überfragt so werde sehen auch alle gut aus angst vor gewitter das haben kinder ja meistens na ja nichts vor gewitter wo sollen denn alle hin ist auch gleich bald mehr auf toilette in den beiden hunden geht es gerade nicht gut könnte am gewitter liegen könnte aber auch daran liegen dass ich schon ziemlich lange mit denen es mehr gemacht habe ich glaube die hunde brauchen einfach aufmerksamkeit momentan du kannst dich jetzt für anfänger lustig machen und das hat er jetzt eigentlich abgeschlossen ich will immer sagen stopp ich spiele ein bisschen hier und libby wir müssen wir immer wieder baden nach wie du es wieder ein ein ständige promo sehr geil dann kommen wir irgendwie einen punkt geben video der umgang mit anderen punkten hat keine freundschaft mit unteren sind schließen bei der schmarrer oder bekannter schnell zur freundschaft so was das bemerkenswert wird sagen wir das ergeben aufmerksam auf sie zieht aufgrund dieses effekt seiner persönlichkeit besteht schon dass jeder fähigkeiten oder karrierebasierte aktion die aufmerksam der öffentlichkeit nicht erregt so dass vito mehr ruhm bekommt ja ich glaube ich mache aber das hier das ist doof wie doch ich mach das einfach mal so weil vito ja dann immer ab und zu mal musik macht das hatte schon lange nicht mehr genacht muss man einen neuen song produzieren machen wir auch spaß dramatische szenen üben schauspielfähigkeit üben das konzeption machen ich glaube schauspiel üben möchte müsste auch spaß geben das wäre glaube ich gar nicht immer so schlecht aber ist meine kamera eigentlich mit diesem bisschen tada so schauspiel üben schauspiel üben sorgt nicht für dinge ist das kacke sehr gut was machen die kinder joa joa was lernen sie denn gerade mit lama mai hunger dann darfst du jetzt mal kurz aufhören du darfst auch aufhören und du wirst jetzt aufs töpfchen während du das essen brauchst also ich bin hier sehr hungrig wie du badet gerade noch den hund sie übt ihre fähigkeit ja ich bin ja mal ein kleines bisschen vor du bist fertig na ja weil könnt ihr euch nicht irgendwie zusammentun liebevoll umarmen das ist doch aufmerksamkeit ja sehr gut essen geben rihanna gibt tierkekse so und weil es dir eigentlich voll gut geht kannst du weiter deine fähigkeiten trainieren du darfst wieder weiter mit fantasie trainieren anderes fällt mir gerade für charlie nicht ein video kommt jetzt auch und die man da bringen ja ja verstehe ich auch alles quengelei achso das hat sogar minus gegeben wie werde ich sie verküren eigentlich zweites trimester in zwei stunden ist wieder voll schwanger während sie dann auftritt wo ist das schon wieder eingesaut jetzt ist nicht schlafen seit wieder und guck mal während die da ist kannst du mal ganz schnell noch ein song produzieren das hat hier ihre luling ne wie du kannst bald auftreten als der nackte dj du fährst immer nacklich durch die gegend das machen wir hier basis bass tiefer bass sind das heiser schlagzeug moderne trommeln gesang frankiges verständler klabinettengitarre zum rennen zum veröffentlichen so perfekt dann kannst du aufräumen und raus lassen so sein label auch beruhigt du musst unbedingt auch noch auf die toilette du kommst gerade nicht raus glaube ich ne so wie du jetzt darfst du schlafen gehen ach der muss heute am dienstag gar nicht arbeiten das ist ja geil so cancel das mal kurz und du gehst jetzt versuchst aufs tüpfchen zu gehen perfekt was hier los eigentlich alles in ordnung so gelernt drei fähigkeiten oder zu maximieren das freut mich sehr der und den hunden geht es schon wieder im gewitter oder mein futter ist da und die verküri muss schlafen spaß braucht sie auch schon wieder spontan was einfallen aber das lassen wir mal kurz ja ok ah die verküri kann ich gleich charlie vorlesen mein schauspielfähigkeit immer noch gerade erst begonnen perfekt so und jetzt kleinkind in den schlaf lesen pujana während charlie ihr bestes gibt morgen gibt's geschenke muss ich irgendwas weihnachtsmäßiges vorbereiten was ist hier los es wird gerade nicht wirklich so geklappt wie ich mir das vorgestellt habe klanken in den schlaf lesen wie gerne hallo klar gute nachtgeschichte bitte toll energieversagen ernsthaft jetzt nur schlaf du einfach normal da entspricht zwei zwei So, jetzt kriege ich vielleicht alle vier mal wieder zum schlafen. Wo ist Libby? Libby ist draußen. Libby ist immer so, Libby macht sich immer dreckig. Oh, nur gut. Jetzt sind wir da abgelegt. Ganz ehrlich, ich suche mal ganz kurz so einen kleinen Tisch, so eine kleine Kommode oder so raus. Weil ich meine, wenn ihr das auf den Schrank legen könnt, äh, oder auf den Tisch, dann könnt ihr das bestimmt auch auf so einen kleinen Tisch legen. Oh Gott, sieht der kacke aus. Kinder. Kinder Möbel. So, haben wir hier den korporatischen Tisch. Und dann gibt's den hier auch nochmal. Mit dem noch eine Farbe ändern. So. 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 Können wir gleich mal was machen. Eine Beförderungssorge. Erst habt ihr jetzt? Wurde vor kurzem gerade befördert. Wurde so manchmal ein bisschen abgedreht, ne? So. Wäsche trockener. Oh Gott, Kanad! Oh. 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 Guck mal, dann können wir das Ding kurz mal ein bisschen tunen. Dann habt ihr euch auch mal Lust zu, solche Sachen zu machen. Da können wir eigentlich nochmal Fische machen. Ich suche, ich suche erstmal die Taschen. Wieder ganz schön lange, um das Ding zu upgraden. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lange dauert. Was ist denn mit dem Hund? Sehr gut. Was haben wir denn da alles dekorieren? Dekorationen anbringen. Können wir auch gleich mal machen. Oh, das ging schnell. Ha! Warum muss Verküria wach? Ja, die braucht ganz wenig Spaß. Ja, schau mal Fernsehen. Wenn man Bito die Wäsche macht. Bei uns mit dem Hause übrigens immer ein ziemlich großes Problem. Wenn die Verküria... Ja. Das sagen wir mal so. Ähm. okay ich bin schon hier verwirrt warum warte mal da unten wäsche waschen ok gut bei uns ist es so dass normalerweise die valkyrie am besten mit die wäsche macht weil es gab tatsächlich mal so vorfälle wo ich auch so sehen wollen pullover irgendwie zu heiß gewaschen habe und der volpullover vom groß zu kinderpullover wurde was natürlich nicht so toll war die wäsche nicht gut gerade weil es noch ein schöner pullover von der valkyrie war aber deshalb ist es bei uns aber so dass die valkyrie normalerweise immer die wäsche macht ich darf sie maximal zusammenräumen die taschen durchsuchen und alles vorbereiten die sachen dann in die waschmaschine reinschmeißen und ja danach darf ich dann ja die wäsche wieder aufhängen aber wäsche programm und alles das muss sie immer die wäsche einstellen ich darf das auch gar nicht mehr lernen also warum wird hier eigentlich immer die hälfte nicht aufgegessen wenn ich mal so fragen darf ist auch alles merkwürdig so du darfst auch gerne mal kurz auf die toilette gehen und ich dachte du wolltest fernsehen schauen gleich schauen du darfst gleich mal ein bisschen komik gucken wobei ich glaube du musst ja eigentlich auch noch ein bisschen kraftma fähigkeit erhöhen und dramatische szene üben doch in der matic scene üben kannst du das machen für mit einem anderen zusammen eine dramatische szene auf oder halte einen dramatischen monolog ja wurde ihr wo kann ich denn einen dramatischen monolog führen da kann ich das nur mit mir selbst ich bin mir nicht sicher aber gut komm mal wir gucken in unserem kind fernsehen wie du musst heute abend wieder arbeiten ne richtig ja muss er schläft noch so zuschauen die das schon viel als aufmerksamkeit wenn er zuschaut wird du das mal schwere gewichte geben damit wir ihn noch ein bisschen sexier machen ich kann überlegen ob ich den video auch nebenbei noch zum schriftsteller machen oder so ich meine wenn man das auf mich beziehen würde ich glaube schriftsteller für mich naja ist schwierig glaube ich also richtige romane oder so schreiben könnte ich glaube ich nicht wobei ich schreibe manchmal so kurzgeschichten um diese ganzen kurzgeschichten irgendwann zusammen rein und würde dann würde sich das glaube ich auch irgendwas machen ja okay cool so weit früher das läuft ja alles dann darfst du jetzt die nummer resten nehmen damit das auch alles funktioniert was ist die traurig tüpfchenunfall was passiert mal ich bin normalerweise aber die video station nicht nicht mit kompromis sie muss gleich mal wieder was posten so würde ich ja eigentlich mal was irgendwas machen obwohl sie einen trank einstellen ja und immer den trank und wenn wir diesen geholfen und wenn wir töpfen und feuer ist wobei der verkür hier läuft das nicht so verdient hier inzwischen richtig krass so und die verkür ja warte mal dass ich da alles gut ist Du musst nicht zuschauen, sondern du kannst jetzt einmal den Videobestand ansehen, da noch in Effekte hinzufügen und das Video mal online hochladen. Online hochladen ist auch eine gute Vorwahl, ne? Hauptsache mal hochladen. So, Brianna schläft immer noch. Was ist bei Brianna los? Brianna darf eigentlich gerne mal gleich aufstehen. Ist das Video fertig mit trainieren? Ja. Im Grunde darf er eigentlich mal duschen gehen. So, und du? Nee, das ist auch krass, dass du mit diesem komischen Pad eigentlich alles trainieren kannst, ne? Was ist denn mit bei Kürrier passiert? So, und du, Boy, kannst eigentlich mal darüber gehen. Und das nach der Umräumen. Macht er das jetzt? Nee, er räumt. So, macht das erstmal sauber. Alles klar. So, dankeschön, Videobestand, dass da irgendwelche hinzufügen. Oh, ich muss ja gleich bei der Arbeit sein. Wie schafft ihr das noch? Fünktlich. Hat ich meinen Hunger? Aber das ist, glaube ich, gleich gut. Wenn die Verkürrier erstmal dann zur Arbeit geht, dann macht das Video alles erstmal automatisch. Dann ist das alles perfekt. So, Videobestand, dass da hochladen. So, und da beim Schauspielgedöns machen wir mal wieder mit. Ich finde das immer sehr lustig. Ja. Ich finde das immer toll. So ein Naga, ich glaube, unsere Kinder oder einzelne Kinder wird, glaube ich, auch mal so ein Naga-Gedöns kriegen. So. Für die Kürrier, was muss ich machen? Frisieren und schminken, das ist eigentlich das Standardprogramm, ne? Ich bin ja schon wieder schwanger beim Set. Was sollen denn die Kollegen denken? Dass die Valkyrie nicht weiß, wie Verhütung funktioniert, oder? So, Kostüm auftritt. Ah, guck mal. Da rede ich mit der Valkyrie und da kommt die Valkyrie hier gerade in den Raum rein. Hallo! Genau, es ging gerade um das Thema, dass du nicht weißt, wie Verhütung funktioniert. Was? Ja. Weil du bist jetzt schon wieder... Blödsinn, du bist schon wieder schwanger. Oh, ich sehe aus wie La Gerda. Jetzt bist du schon wieder hier beim Set und das ist, glaube ich, schon das zweite oder dritte Mal, dass du hier am Set bist und schwanger. Machen wir ein Wikinger-Ding? Achso, ich weiß es nicht. Oh, das sieht doch königlich ein. So, mit jemandem Tratschen. Wo kannst du denn hier Tratschen? Ich bin wichtig! So, hier Tratschen? Warum kennen wir die Leute noch nicht? Gib ihnen einfach ein Autogramm, geil! So, frei nach dem Motto, du kennst dich nicht, ich kenn dich nicht, aber egal, hier ist ein Autogramm von mir. Ja, aber guck mal, wenn du die beiden so siehst, dann könntest du recht haben, das ist irgendwas mit Mütter, Alter, ist. Ja, ich glaube, die uns mal an, aber ich finde, die Frisur könnte auch gut zu Vikings passen. Ja. Ich habe vergessen, wenn wir uns wieder treffen wollten, ich wollte nur mal kurz nachfragen, ob ich noch ein Part aufnehmen kann. Das kannst du natürlich machen, ja. Sehr cool. Eine halbe Stunde hast du noch. Eine halbe Stunde. Gut, dann will ich euch nicht weiter stören, ich bin ja wieder schlanker. Ja, natürlich bist du schlanker. Ich bin jetzt nicht mehr so fett wie sonst. Ja, Vito und die Valkyria haben ja ordentlich trainiert und sind jetzt beide wieder schlank und haben auch ihre Ernährung umgestellt und essen jetzt fast nur Salat. Achso. Und dann kriegst du die Sims tatsächlich wieder schlank. Hätte ich nicht gedacht, aber es funktioniert. Sehr cool. Meinst du, es klappt bei uns im Real Life auch? Wo möchtest du den abnehmen? Überall. So, Vorsicht, Vorsicht, Liebe. Ich glaube, das hat nicht funktioniert, ich bin mir nicht sicher. Schade, versuch was her. Tschüss. Aber ganz im Ernst, ne? Die Zuschauer haben ja schon gesagt, dass wir mal zusammen irgendwie, äh, äh, ja. Das zusammen Sims aufnehmen sollen. Das müssen wir ja irgendwann mal machen, ne? Stand so in den Kommentaren. Kompliment über Outfit mal. Warum muss die Valkyria schon wieder auf Toilette? Nur weil sie schwanger ist und das Kind auf die Blase drückt. Frauenblase plus Schwangerschaft heißt Stoppisch. Ja, so ist das, ne? Au revoir. Au revoir. Das ist immer verrückt, wenn die Co-Stars, ne, immer hier so ins Bild reinspringen. So. Jetzt haben wir ja mal ein bisschen das Problem hier, dass ich gar nicht richtig drauf geachtet habe, was sie machen müssen und die eben gerade die ganze Zeit irgendwie mit den Leuten so geredet hat. Deshalb, Valkyria, sprintet aber schnell hin. Nachdem ein Kompliment. Jetzt musst du hier mit dem Co-Star eine Szene einstudieren. Wo mache ich das denn? Wo mache ich das denn? Äh. Bist du kein Co-Star? Du bist doch Co-Star. Darf sie ihn dann einstudieren. Perfekt. So, und ganz ehrlich, Spaß müssen wir auch noch verbreiten. Und damit der Part jetzt nicht zu lange wird, muss ich ganz ehrlich hier mal kurz einen Cut setzen. Ich will mal hier nochmal kurz einen Screenshot vornen. Dann werde ich noch was für's something herab. So, zack. Und ja, dann sehen wir uns in zwei Tagen wieder. Da geht's weiter mit diesem schönen Schauspielereignis hier. Und dann bin ich mal gespannt, was wir wirklich da so aufführen. Das sieht ja wirklich so ein bisschen nach Mittelalter aus. Hatte die Valkyria ja gar nicht mal so unrecht. Oh, hier könnte auch so ein bisschen was mit griechischer Olymp oder so sein. Keine Ahnung, wegen Feuer, Fackeln. Ach, ich weiß es nicht. Guck mal, wir können auch noch hier den Greenskin. Boah, guckt euch das an, sieht da nicht gut aus. Perfekt, ne? Ja, also wie gesagt, wir sehen uns, in zwei Tagen wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video angesehen habt. Und bis dahin, auf Wiedersehen, bye, bye. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst doch gerne mal Kommentare unten in den Kommentaren. Ja, ciao, bye, bye.